Was ist auf dem Boot? Voll viel haben wir da. Achso. Wir sollen mal das gucken. Der zahlte gern zum Feuerkoller. Das war's. Das war's. Die Schleiber sind so schnell. Was ist das? 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 Boah, das war der beste Feuerwerk, den ich gesehen habe. Alter, Alter. 4. Juli ist ja ein Witz dagegen. Alter, Alter. Das war echt der beste. Das war vorbei, die haben nichts mehr. Das war der Bühne. Okay, hier kann ich auf. Die Geisterspillverrückte.